das ist zwar jetzt kein wahnsinnig großer sprung nicht mal kniehoch aber die landung ist gut die anfahrt ist sehr gut leichtes gefälle man braucht also nicht ganz so viel pedalieren und dürfte eigentlich ganz easy sein das coole ist ich habe gerade die locals hier getroffen die haben das ding gebaut die zeigen mir jetzt erstmal wie man richtig springt kurz mal ganz kleiner einwand ich filme jetzt hier die locals aus von zu hause auf jeden fall wir machen eine kleine challenge wie nennt sich das long jump challenge da geht es um weit springen und ja die jungs machen mit mir ein bisschen dönnekens hier ich hoffe ihr habt spaß also bis dahin erster jetzt nico jetzt erik und ich auch noch ok kann ist da es ist Lichter! Siehst du, ich bin auf Meter abgelandet. Ungefähr auf der Höhe. Okay, kann erst! Oh, du bist weiter zu spüren. Das meiste stuft! Oh, Johnny! Irgendwo hier! Ja, irgendwo hier! Mach mal da! Wow! Das ist ja der Hammer! Da sind die Stöcker. Der erste, der zweite, der dritte, der vierte. Heftig! Ja, ich sag mal so. Nur fliegen ist schöner. Springt der denn einfach? Ey! Ich würde mich einfach da runterlegen. Und dann springt er! Ich würde mich da runterlegen. Aber ich will ja selber springen. So, wie stellen wir jetzt die Kamera hin, dass wir die ganzen Sprünge mit drauf kriegen? Hey, ey! Schön, vos? Komm, du, 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 du! Und dann springt er hin. Und dann springt er. Und dann springt er zurScout. Halt er hin! Oh! Oh! Nein! Der liegt nur auf dem Stock! Ein bisschen weiter warst du schon. Und hier ist es. Tschüss, Digga. Du wirst so weit wie ich das bin. Also auch weiter als eben, ne? Ja, cool. Habe ich mich verbessert? Ein bisschen? Nee, gar nicht. Okay? Ja. 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 Was ist mit euch los? Ihr springt fast alle auf eine leiste Stelle. Wir springen leicht. Wir sind alle gleich hier. Wirklich? Ja. So, jetzt kommt der Brulla wieder hier. Der Dick gebrocken kommt. Ich bin weit halt hier, beide. Wuh! Hä? Ist weniger. Diesmal weniger. Hier. Ja. Wir müssen hier nicht sprechen. Ganz einfach. Der zählt nicht. Joel zählt nicht. Joel ist einfach zu gut für uns. Jawoll. Strike. Nummer eins. Nummer zwei. Und Nummer drei. Juh! Jawoll. Ja? Ich bin ja. Ja? Ja, du darfst. Sieh! Okay. Wieder hin. Oh, ganz minimal. Weiter! So, jetzt! Ah, der juckt doch eh wieder wie zum Baum. Aber er kommt nicht weiter. Er kommt nicht weiter. Ich bin immer in die Länge. Joel hat seine Weite. 4,5 Meter. Mehr geht nicht. Aber trotzdem cool. Bei den beiden war definitiv eine kleine Verbesserung. Naja, das kann man aber nicht vergleichen. Guck mal. Nein, wir sind aber vorhin hier gewesen. Wir sind jetzt beide weitergekommen. Ich hab mich leider verschlechtert. Ach. Das ist bei dir situationsbedingt. Ich hatte ihn gar nicht mehr. Ja, aber jetzt will ich einmal noch... Hier, ich hab das alles auf Video. Hey! Jetzt werden sie übermütig hier. Ja. 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 Ja, ja. Vielen Dank für's Zuschauen. Juhu! Hab ich euch schon mal gesagt, dass ich senken mag? Juhu! 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 Juhu!